Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warplanes. Ja, ich auch trotz allem, dass ich War Thunder hochgeladen habe, ich werde hier World of Warplanes so lange weitermachen, wie ihr es wollt und so lange ich noch Spaß dran habe. Und könnt ihr auch mal jetzt gerne selber schreiben, wer überhaupt hier die Serie gerne guckt und so. Die Begeisterten können ja ganz toll schreiben, wie toll sie das finden. Und solche Sachen, ne? Jo, trägt ins Gefecht, kein Gelaber. Weil das bringt, ah ne doch, das bringt mich schon irgendwie in eine gewisse Zwickmühle. Weil auf der einen Seite mag ich World of Warplanes, das finde ich nicht schlecht. Momentan, also das ist meine aktuelle Meinung zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ist auch ungefähr immer noch so drei, vier Tage plus, minus. Ne, minus kann ja nicht sein, plus. Kann es halt sein, dass sich das danach irgendwann ändert. Och ne, das gefällt mir jetzt mal gar nicht. Aber, ähm, um auf die Meinung zurückzukommen. Kann sein, dass ich das vielleicht, äh, was weiß ich, wenn ihr das 2028 seht. Ne, oder 2115. Und, äh, historisch belegen wollt, was, was, was weiß ich, wie diese Menschen damals gelebt haben und was für ein Scheiß wir gebaut haben, ne? Das war meine Meinung zum Zeitpunkt, äh, heute. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Slash gucken, wo war, ähm, hier, wo hochgeladen. Und da kann, muss ich eigentlich auch direkt mal wieder unterschieben, oh, 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 was ist das denn, was ist das denn? Okay, da war man aber heute mal sehr schnell. Okay, kaputt. Da muss man natürlich auch direkt schon wieder Unterschied machen, zum Beispiel an dem Chartsmodell, das ist ja, glaube ich, der eindeutigste Unterschied. Wow, wow, wow. Und, ähm, auch zum Beispiel in Warfinder, da würde man niemal, also würde man in der Regel weniger direkt hochfliegen, sondern mehr so, ähm, wo Feind, wo Feind, da ist Feind. Sondern mehr so, ähm, auf die Feindlikonen haltend steigen. Was zum, was ist, hat sich irgendwie das Spielprinzip so unkloppt? Ja, äh, das ist ja, ach, äh, ich vergesse, das hier ist alles ein bisschen schneller. Als dieses andere Spiel. Ja, komm schon. Ah, jawoll, kaputtgemaucht, ich hab was kaputtgemaucht. Was mir halt auch hier viel mehr gefällt, ist das, äh, in dem ganz normalen, oh, scheiße, was ist das denn? Äh, äh, nein, das missfällt mir nicht, dass ich jetzt nicht boosten kann. Also, das missfällt mir, ja, nein, Nase runter, Nase runter, Nase runter, Nase runter, Nase runter, Nase runter. So, ähm. Wupp. Äh, das, also, das, das gefällt mir hier sehr, dass man hier in der Regel nicht respawnt. Hat Vor- und Nachteile. Aus meinen Augen mehr Vor- und Nachteile. Nee, da flieg ich nicht hin. Nee, ich flieg lieber da hin. So, nein, ich will da nicht hin, ich will da hin. Da, genau, zu denen da. Jetzt hab ich, oh, scheiße, ich hab meinen Timer vergessen. Aaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah, und man muss auch noch nebenbei spielen. Äh, Timer, 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 Timer. So, Timer läuft. Ihr habt das Piepen gehört, jetzt könnt ihr euch freuen. Und da ist schon wieder einer verreckt. Was war das denn? Hä? Nix da, Strömungsabriss. Das war ein Leck. Da wollte einer rumlecken. Nein, 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 nein. Aaaaaah. Ah, ich hab zwei Geld, hallo. Man kann mit mir zufrieden sein. Ui, das ist, äh, mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass das so heftig jetzt auch ist. Ich glaub, ich, äh, weil die hatten letztens ein 1,5, ich glaub das ist jetzt Version 1,3 oder so. Oder 1,2, keine Ahnung. Ähm, da hatten die einen echt großen Patch, da haben die, glaub ich, auch was an der Grafik ein bisschen aufgebohrt. Also gefühlt jedenfalls. Und, ähm, ja. Ja, ja, ja. Äh, so, so, so. Ich hab mich heute mal eigentlich auch nicht eingespielt. Damit, äh, dachte ich mir, komm, das ist Zeit, die könnte ich genauso gut direkt aufnehmen und euch zeigen. Weil, äh, Baum. Ne, Baum ist immer eine schöne Begründung. Bäume mag jeder. Glaub ich zumindest. Hoffentlich. Weil, äh, Bäume, ne. Bäume spenden einem Luft. Bäume bringen dir... Oh, das gefällt. Bäume bringen Äpfel hervor. Aus Bäumen kannst du Holz machen. Also seht ihr, Bäume sind toll. Wenn das Spiel mal laden würde. Das sind hier ganz schön viele Punkte, das ist, äh, das hat schon was. So viele Punkte, da hat man das Gefühl, irgendwie als, ähm, Duft-Unterstützung zu dienen. Wenn das auch noch wirklich so richtig schön dynamisch wär halt, wie ich das schon oft gesagt hab. Also ich weiß jetzt nicht, ob's so ist, ich achte halt dann nicht so so drauf, aber zum Beispiel, wenn hier die Punkte sind, die haben auch so unglaublich viel Leben. Äh, hier so die Punkte, zum Beispiel hier, äh, ja, okay, von der Flak erwarte ich jetzt nicht, dass sie nach vorne fährt. Aber, äh, da, hier Artillerie, dass sie wirklich, wenn sie schießt, auch richtig schießt, also im Sinne von schießt und versucht zu treffen und nicht schießt, wenn keiner da ist. Das hat man ja auch auf einer Map, die schießt da einfach dumm rum, auch wenn da keiner da ist. Glaube ich zumindest. Da macht die wenige Anstalten genug, äh, um bescheid zu sein. Ah, F ist für Ziel. Okay. Äh, was, nochmal klappen hier. Klappen, 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 klappen. Ah, das sind klappen. Ja, man, also durch den Patch hört man auf jeden Fall auch jetzt den Motor, wenn der überhitzt ist. Nein, du sollst dich nicht drehen. Das mag der Motor gar nicht. Ist ja gut ein Motor. Mod malst du nicht rum. Nein, das ist dummer Models. Was zum... Ja, ich glaub's auch. Äh. So, was haben wir da? Ich will die auch immer jetzt alle mit mittlerer Maustaste irgendwie markieren. Oh man. Ich weiß gar nicht. Ich glaub, es gibt bestimmt dafür eine Taste, dass man die manuell markieren kann. Ah, scheiß. Spitfire. Ah, ja. Ah, oh. Ah, ey. Du willst mich doch verarschen, oder? Also, wenn das jetzt realistisch wär, wär die Switchfire schon lang verreckt. Weil die halt diesen Steilflug nach unten nicht hinkriegt, denn echt. Da hat sie totale Probleme mit. Da freckt die bei. Ich glaub, war das der Steilflug nach... Ich glaub, das ist... Oh, nee, schon wieder noch mehr Spitfire. War das der Steilflug nach oben, oder? Also, mit irgendeinem Steilflug hat sie totale Probleme mit. Da kommt der Motor dann in den Stock. Nein, ein stockender Motor, das weiß ich, der Pilot ist kein guter Motor. So. Ähm, so. Waaaaa. So. Ungenaues Flakfeuer, das gefällt doch immer. Jetzt ballen wir uns schon wieder alle. Das gefällt mir. Vielleicht spricht auch nur meine strategische Ader. Aus Camping of... Da hat jemand ein Teamgeld. Ach, fein. Äh, meine strategische Ader aus Camping of Heroes. Alle Einheiten auf einem Fleck ist keine gute Idee. Und warum hab ich immer so geringe Frames? Das ist jetzt echt ein grafisch hochwertiges Spiel. Äh, 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 äh. Nein, 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 lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Du bist böse, du bist böse. Du darfst mich... Du hast mich in Ruhe verlassen. Ah, na komm schon, flieg doch. Das Ding fliegt mir davon. Dann flieg ich halt woanders hin. Ich will nicht, dass mir jemand davon fliegt. Scheiß Spitfire, die Spitfire gehört mir! Nein, wird sie nicht. Was hat der immer mit seinem Strömungsabriss? Da ist nichts Strömungsabriss. Strömungsabriss ist erst irgendwie, wenn das Ding anfängt zu trudeln. Solche Arachen. Würdest du jetzt bitte mal treffigen Gedanken? So, öfter. Ja, Waffenüberhitz, das ist nicht schön, das wissen wir. So, trifft schön. Die P40, die hat zu sterben. Weil, okay, ich mag auch P40, aber ich mag nicht, wenn sie rot markiert ist. Und zufällig irgendwie auf mich ballert. Nein, 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 nein. Ach, ich hab immer das Gefühl, du wirst getroffen, du bist gleich tot. Äh, nein. Was? Was? Willst du mich verarschen? Ich und letzte Hoffnung? Könnt ihr denn genauso gut nachleihen als Steuer setzen? Ah, ich tue einfach nur das Dumme umherum, also, bescheid fliegen kann ich eh nicht mehr. Weil, hier sind viel zu viele Piloten. Wüsste ich gar nicht auf mich konzentrieren sollte. Dazu jetzt mal den Garkomplex machen. Vielleicht ich habe wieder einen noch. Den willst du auf, ne? Das ist halt ja lustig. Wow, ich habe... Ah, hier, ich habe noch einen mitgenommen. Aber das war klar. Auch wenn ich mit der in World of Warplanes an sich ganz gut spielen kann. Also, ich persönlich. Aus meiner Ansicht. Ne? Blab. Wie war ich denn vom Team her? Au. Das ist nicht gut. Also, fürs Team, wenn ich so weit oben bin. Oder ist es... Ich habe da einen Sieg gesehen. Ah, cool. Unser Gefecht, wo ich nichts... Oh, doch. Ich hatte zwei Flugzeuge zerschöne und eins beschädigt. Ja, das ist schön. Das ist ja schön. Ich habe ein bisschen was bekommen. Kann ich da irgendwas verbessern? Verbessern ist nämlich immer schön. Ja, kann ich. Euer Mutter. Ach, das Ding hat zwei Bomben. Ach, die habe ich gar nicht eingebaut. Weil es für mich einfach ein Jäger ist. Und 205 Pfunder Bomben werden jetzt auch nichts reißen. Deshalb finde ich das halt sinnlos. Ach, komm. Ein Gefecht geht noch. Und hier... Uh, 220er. Wie viel? Oh, pff. Ja, habe ich wohl letztens irgendwas erst. Erforscht. Oh, die Deck 3. Die soll an sich ganz gut sein. Gehoffe ich zumindest. Warum sollte man von zwei MGs auf keine Bewaffnung übergehen? Ist da irgendwie was falsch rum? Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Warum sollte man keine Bewaffnung wählen? Okay, vielleicht um irgendwie... Oh, 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 oh. Oh, 37 Millimeter. Das Ding reißt dir Löcher in deinen Rumpf. Sind so, oh, oh, oh. Sind so groß wie dein Kopf. Also jetzt nicht von den Kuh. Ja, so gefühlt jedenfalls. hier, vielleicht irgendwie, man könnte sich das mit den von MGs auf Nicht-MGs erklären, weil vielleicht, wenn man das leichter machen will oder irgendwie wendiger oder so, aber warum? Naja, also ich würde lieber bei so einem Teil Feuerkraft vorziehen. Also ich würde da auch keinen Fall das irgendwie wegmachen wollen. Es ist weniger mein. Ich habe jetzt seitdem das Gefühl irgendwie, dass ich alle Drei- und Vier-Gefechte immer zusammenspiele. Also nicht Drei- und Vier, sondern Fünfer- und Vierer. Wo sind denn die Dreier geblieben? Haben die Angst vor mir oder was? 601. hat sich einer genannt. Perfekt. Perfekt. 601. An Anlehnung an 501. Star Wars wahrscheinlich. 601. 601. 602. Das ist der, der die Tür. Who know, who know. Die 16. Später Version. Ja, ja. Na und? Wie geht's so? Ach, okay. Vor allem, ähm, für Leute, also, ich muss sagen, von World of Warplanes zu War Thunder, ich weiß nicht, ich muss jetzt die ganze Zeit vergleichen ziehen, ne, das ist eigentlich nicht ganz gut, aber, ja, äh, komm, fliegt, fliegt gerade, ähm, ich persönlich finde das eigentlich gar nicht gut, aber, ich mach's trotzdem, ähm, die Leute für World of Warplanes eher die, die, äh, ähm, ich glaube das ist so ein bisschen klassischer, ähm, World of Warplanes ist ein bisschen realistischer, weil hier kannst du, was weiß ich, 200 Kugeln einstecken und fliegst immer noch weiter, in World of Warplanes fliegt dir dann ein halbes Flugzeug um die Ohren, ähm, wo sind Feinde, da ist Spitfire, da unten ist, äh, eine Panzer, mit gefühlt 3, ja, 1.100 Leben, okay, ja, ja, ich glaub's auch, dann, was ist das für ein Panzer, man, fährt der Panzer, na, achso, da sind mehrere Panzer, nein, die Panzer fahren natürlich nicht, was hab ich erwartet, zum Beispiel das meine ich, das, äh, Panzer, was weiß ich, oh, das war eine schlechte Idee, da reinzufahren, äh, ist das Flaggbeschuss, huiih, ähm, ähm, zum Beispiel das Panzer auch wirklich, äh, dann irgendwo rumfahren und dann auch versuchen, äh, andere Panzer, also die Gegner in den Panzer hinein, ah, was, das war jetzt aber nicht meine Schuld, dafür kann ich nichts, das wird der andere wahrscheinlich auch sagen, aber trotzdem, ist so, ich kann dafür nix, ganz unschuldig, ja, oh, und, äh, vielleicht liegt der da schon drin, oder was ist das, das sieht sehr lustig aus, huiih, so, zurück in den Hangar, wie viel haben wir noch, 15 Minuten haben wir gefühlt, äh, oder 16, 17, äh, gibt's ein Suicide-Modus, glaube ich nicht, ich könnte mir noch ein Flugzeug kaufen, oh komm, ein paar, ein bisschen noch, gucken, Flugzeug gucken, ob sich irgendwas am Stammbaum verändert hat, äh, okay, das ist, ist A, die Japaner haben immer noch nicht mehr, die sehen immer noch so doof aus, Spitfire 1, Spitfire 5, Spitfire 9, Spitfire, also die Engländer können echt gut zählen, 1, 5, 9, in 14, das ist, äh, das ist ja super, und die Deutschen, ja, ja, na, na, ich hab nix gesagt, ähm, okay, hier ist jetzt auch ein eigener Zweig, hm, hier sind die Russen wenigstens nicht so unglaublich OP, in World, ne, War Thunder sind die Russen gefühlt so unglaublich OP, wenn du ein russisches Flugzeug siehst, fließt du, außer du hast fünf andere bei dir, von allen Seiten auf das Ding eindreschen, weil in der, sonst, also, aus meiner Worte würde ich sagen, HAU AB! Warum hab ich das Ding erforscht? Wird das vielleicht, oh, Sieg? Nett. irgendwelchen tonnenweisen Aufträger, keine Ahnung, was es damit auf sich hat, ja, klar, es gibt ja jetzt Aufträge, das wissen die alle, erst, äh, ich stehre in, in deinem Team, äh, wenn es mit ein Gegner, das ist zu zweit, äh, boah, pleumatischer Starter, was ist denn ein pleumatischer Starter? Äh, Wartung, ich glaub, es ist unter Wartung, ich kauf mir, ich kauf mir Dude und baue sie ein, äh, Lackierung war ja eh dämlich, äh, Verbrauch, was ist denn ein pleumatischer Starter? Achso, repariert Motor, nur Motor? Aber, ich glaub ich, mehr kann man da jetzt nicht, eh nicht kaputt machen, dass das nicht ausfällt, und im Flug reparierbar wäre, ist die Hilfe Paket. Äh, ja, ich glaub's auch, Achso, Erste-Hilfe-Kist, achso, ah, ich hatte das mit Erste-Hilfe-Päckchen verwechselt, verwechselt, heilverletzte Besatzungsmitglieder, mhm, ein Pilot heilt sich selber, scheiße, ich bin bewusstlos, los, jetzt nehm ich, ich dieses Heilpäckchen, und baller mir das in den Arm, so gefühlt. Ach, pleumatischer Starter, braue ich eh nicht, wenn ich dort bin, also wenn mein Mutter aus ist, ich meistens eh direkt dort, also, das war's für heute, und ich sag' auf Wiedersehen, für diese Folge, und, äh, bisher, nächste Folge, weil das hier noch weiter geht, jetzt jedenfalls noch, mindestens eine weitere Folge, kann auch gut noch zwei weitere Folgen sein, außer, äh, also, ne, ich noch jetzt direkt im Anschluss machen, und so, und, äh, ihr könnt ja Kommentare schreiben, ey, das Spiel ist scheiße, verpiss, äh, verpiss mich mit diesem Spiel, oder, keine Ahnung, okay, weniger verpiss dich, sondern verpiss dich, oder, was weiß ich, wenn ihr das Spiel nicht mehr sehen wollt, oder wenn ihr erst das War Thunder ersetzen wollt, oder wenn ihr sagt, hey, das hier ist doch besser als War Thunder, ne, so und so, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, interessiert ihr euch eh für meinen Kanal, ja, und du, mehr sind da ja nicht, ne, tschau.